Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Pre-Sales-Leader bei Miro. Ich bin Jan, Pre-Sales-Leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen. Genau, nicht unbedingt zu einer kompletten Folge. Heute gibt es mal wieder ein kürzeres Format, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Knowledge Nuggets hieß das früher mal, ob wir das so zu beibehalten sind oder hingestellt. Aber wir haben ein akutes Thema. Es wird wahrscheinlich nur fünf bis zehn Minuten gehen, aber hört mal rein. Es geht ums Recruiting und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Jan und ich bekommen sehr regelmäßig Nachrichten auf LinkedIn zu ganz tollen Möglichkeiten, wo wir uns als Sales Engineer vollkommen entfalten können. Und ich habe jetzt hier eine Nachricht vor mir und ich lese die jetzt nicht vor, aber ich paraphrasiere mal. Opportunity by Company XY. Hallo Tim, ja, ich hoffe, dir geht es gut und ich habe dein LinkedIn-Profil gesehen und ich bin davon überzeugt, dass das hier der nächste Schritt für deine Karriere ist in diesem Pre-Sales-Team. Dein Hintergrund ist total beeindruckend und ich bin sicher, es trifft genau auf deine Interessen. Und ja, wir sind also hier total schnell wachsend, Pre-IPO, maximales Wachstum und wir haben 50 neue Logo letztes Jahr und 200 Prozent Year-on-Year-Growth und so weiter und so fort. Und hier übrigens, wir haben schon an Starbucks und Nike und SAP und an wem wir alles verkauft haben, haben wir ganz toll gemacht. Hast du mal 20 Minuten Zeit für einen Austausch? So, das sind also die Nachrichten, die wir hier so bekommen. Ich bin sicher, ihr habt sowas oder sowas ähnliches schon mal auch erhalten. Und Jan hat heute so eine Nachricht bekommen und das hat ihn voll getriggert. Und Jan, bitte jetzt nimm nochmal dazu Stellung. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich raste komplett aus einfach. Wirklich. Also man muss ja sagen, du hast es ja schön paraphrasiert. Da stand ja in dem ersten Absatz, also die Nachricht, die ich da heute bekommen habe, stand ja wirklich drin. I have refueled your LinkedIn-Profile carefully. Und dann kommt generischer Abfall, wirklich. Ich kann das auch gar nicht mal anders sagen. Es ist wirklich unfassbar. Es ist respektlos. Es triggert mich ja null im positiven Sinne. Es ist keine Attraktivität. Also warum soll ich mit dir Zeit verbringen? Das musst du mir mal erklären. Und du siehst, dass das Copy-Paste ist. Also das Einzige, was hier persönlich ist, ist, dass mein Vorname da steht. Das macht anscheinend dann die Automatisierungssoftware richtig. An der Stelle aber alles andere ist wirklich, da frage ich mich, wieso erzählst du mir das? Ist mir vollkommen egal, wie viele neue Logos Year-over-Year-Growse oder wie deine Kunden gerade alle heißen. Was mich interessieren würde, was ist jetzt der Grund, damit ich mich mit dir unterhalten soll? Und bevor du da reingehst, Jan, nochmal ein ganz kurzes Statement. Die HR-Abteilung und die Recruiter, die haben den Schuss noch nicht gehört. Wir befinden uns im Tech-Vertrieb und dazu gehört auch Sales Engineering in einem absoluten Arbeitnehmermarkt. Jeder, der irgendwie Vertriebserfahrung hat, bekommt mehrere Nachrichten, teilweise am Tag, mindestens in der Woche ein paar, zu genau solchen Themen. Und die Leute checken nicht, dass sie mit diesen generischen Nachrichten einfach niemanden hinterm Ofen vorlocken. Das ist doch einfach das Thema. Und dieser kurze Podcast hier soll mal einen Beitrag dazu leisten, dass die Leute mal aufwachen und mal die Perspektive ändern. Wenn ich in einer Ladenzeile laufe und da gibt es 20 verschiedene Eisläden, ja, also da steht bei jedem Eisladen das Gleiche, dann habe ich doch kein Differenzierungsmerkmal. Und genau so ist das. Ja, du hast es sehr schön gesagt und ich bin wirklich gerade erregt. Im negativen Sinne, ja. Deswegen ist es gut, dass du hier die Ruhe bewahrst. Aber ich finde es ganz schlimm und ich habe mir vorhin tatsächlich mal die Mühe gemacht, da zurückzuschreiben. Also zum einen, dass ich kein Interesse habe an einem Austausch und meine Antwort eben zu ihrem Approach nein, aber auch mal genau diese Fragen gestellt. Also du kannst mir doch nicht glaubhaft machen wollen, dass du irgendwas carefully dir angeguckt hast. Weil das spiegelt sich in der Nachricht ja null wieder. Also warum machst du dir denn die Mühe, mich wirklich in den Mittelpunkt zu stellen? Gib mir doch das Gefühl, dass du dich tatsächlich mit mir beschäftigt hast und dass du tatsächlich Anknüpfungspunkte gefunden hast, wo du mir eine Brücke baust, warum es ganz toll wäre, diese 20 Minuten zu investieren. Also dieses bewerberzentrisch, wie du es gesagt hast, also ich muss ja fast sagen, dieses menschzentrisch. Also bitte behandle mich doch als Menschen. Weil das da drin, das ist ja unfassbar. Und gib mir mal ein Gefühl, wer ihr seid und wer du bist und mach mich mal neugierig da drauf. Und doch nicht dieses, das ist ja alles nett, da kommen wir dann auch bestimmt noch dazu. Aber das ist wie so ein Feature-Function-Vertriebsansatz hier. So zack, zack, zack. Also mich interessiert es wirklich überhaupt nicht die Bohne. Ich brauche Purpose irgendwie. Und aus so einer Nachricht kannst du kein Purpose rauslesen. Und ich verstehe auch nicht, wie du es sagst, das ist ein Arbeitnehmermarkt. Es ist knallhart umkämpft. Also ich bin ja, darf ja selber heiern. Also weiß ich, wie das ist. Da kannst du nicht mit so einem generischen Ansatz kommen. Also wenn ich da gezielt einen anschreibe, dann habe ich vorher dem sein Profil wirklich gelesen. Dann habe ich mir mal zwei, drei Gedanken gemacht, warum mich den da jetzt anping. Aber ich kann doch nicht jedem die gleiche Nachricht schicken. Ja, und das ist ein spannender Punkt, weil ich spiele jetzt mal, wie sagt man so schön im Englischen, Devil's Advocate. Weil das ist offensichtlich, wir sind uns einig, das ist der Feature-Function-Schrot-Flinten-Ansatz. Die ballert einfach raus. Du hast gerade selber gesagt, okay, da ist mein Vorname noch richtig geschrieben. Also die Nachricht hätte auch von einem Bot kommen können. So, wenn die jetzt eine LinkedIn-Pro-Lizenz hat und die ballert davon, keine Ahnung, am Tag 500 solche Nachrichten raus und dann antworten nur zwei, dann hat sie doch ihren Job richtig gemacht. Ja, die Frage ist ja, welche zwei Antworten? Ja, und aus meiner Sicht vermutlich nicht die zwei, die du eigentlich haben willst. Und es ist aus meiner Sicht halt auch, also ich verstehe, also das war jetzt auch eine Company, da steht der Name von der Company mit, ich habe keine Ahnung, wer diese Company ist. Also anscheinend noch nicht so bekannt, zumindest ist es mir nicht so bekannt. Und da muss ich doch ran. Da muss ich doch mal ein Gefühl vermitteln, wer bin ich und wofür stehe ich und gucken, ob ich Identifikationen herstellen kann. Weil wenn die Leute dann auf, oh geil, ihr wachst 400% oder 1000% und ihr seid noch pre-IPO und da kann ich ja mal richtig einen Sprung machen, was mein Gehalt angeht, das sind doch nicht die Leute, die ich haben will. Weil dann kommt übermorgen der Nächste und sagt, hey, wir wachsen 2000% und wir sind auch pre-IPO. Also das verstehe ich halt null und zwei aus 500 ist halt, finde ich, auch echt eine sehr miserable Quote. Und es wird sich auch irgendwann mal rumsprechen. Es wird sich irgendwann mal rumsprechen. Und wie du sagst, du bist halt beliebig austauschbar, weil solche Nachrichten kriegst du mehrfach die Woche. Deswegen wäre es ja umso einfacher, da mal rauszustechen. Was bedeutet diese Konsequenz? Ich muss halt wirklich mal das Profil lesen und nicht nur so tun, als hätte ich es getan. Und dann vielleicht auch mal eine Ansprache zu wählen, die bewerberzentrisch ist. Das erfordert ein bisschen Mühe. Im Prinzip ist das ganz ähnlich. Ich habe letztens auch den Vergleich gezogen, Recruiting und Vertrieb, habe extrem viele Parallelen. Und hier zeigt sich das auch wunderbar. Das ist ein Code-Outreach, der ist einfach so dahin gerotzt. Der ist einfach kacke, Mann. Es ist einfach kacke. Ja, so, das musst du jetzt mal raus. Und ich denke, vielleicht können wir hier auch schon einen Punkt setzen. Wir haben gesagt, fünf bis zehn Minuten, acht Minuten sind gleich vorbei. Mal ein kleiner Denkanstoß für alle Hiringmanager, für alle Recruiter, jeder, der im Softwarevertrieb, insbesondere Sales Engineers, mal einstellen möchte, vielleicht mal eine Möglichkeit, hier zu reflektieren. Das hast du sehr schön gesagt, Tim. Danke. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.